Herr, bist du im Moment abkömmlich? Dann mach's gut, mein Schatz. Also bis heute nach Mittag um sieben, ja? Was ist denn Stanley? Herr, Stanley, was machst du denn da unten? Ich hab's auf der Brust. Oh, ist dir die Batterie zu schwer? Komm, ich helf dir wieder hoch. Weißt du, Junge, ich will dir mal einen guten Tipp geben. Du musst was für deinen Körper tun. Ja, ja, dann hast du schon recht, aber... Siehst du, die Mädchen interessieren sich nur, wenn ein Kerl da richtig was drauf hat.